Hallihallo liebe Leute und herzlich Willkommen zurück zu Einer Welt in Kisten! Guckt mal, wer wieder da ist! Hallo! Hallo! Es lag wirklich im Internet. Ja. Ich hoffe, bei euch wird eigentlich mal was repariert. Ja, also da bei mir zu Hause so ein Kabel irgendwie kaputt gegangen ist und deswegen alles irgendwie umgeleitet werden muss, ist unser Internet zwar funktionell, aber nicht funktionell genug, dass ich auf den Server komme, sondern nur bei meinem Vater. Tja! Das habe ich schon erzählt! Wenn du mal die Folge gucken würdest! Ey, ja! Ey! Ich weiß, dass du keine Zeit hast. Ey, komm mal mit! Ja, ich komm. Essen sei mal! Du kommst mal mit hier runter. Okay. Also man kann das auch von unten gucken, deswegen ist das egal, wo wir gucken gehen. Du hast die Folge nicht geguckt oder das Thumbnail von gestern? Ähm, doch, Lava. Ja. Weißt du, wie geil das war? Sehr geil, das stimmt. Du musst dir vorstellen. Ja, toll. Ah Gott. Ja. Tut dir doch nicht weh. Du musst dir vorstellen. Du musst dir vorstellen. Ich baue hier ab. Und der letzte Block. Dieser Block hier. Ich baue ihn ab. Der letzte. Der allerletzte Block. Und dann drunter ist Lava. Guck mal. Da ist... Da hast du jetzt deinen wunderschönen... Ähm... Ja. Wir brauchen... Wir brauchen Diamanten. Das habe ich schon gesagt. Ja. Ganz dringend. Da gibt es noch mehr. Wir haben auch eine Höhle gefunden. Oh. Ich habe eine Höhle gefunden. Eine weitere. Da kommst du vorbei, wenn du runter baust. Okay. Und ich bin so doof und baue immer die Treppe mit ab und muss die immer nachbauen. Oh. Ja. Hast du was versehen? Warte. Wo ist die Höhle? Hier. Ne. Das ist die andere Höhle. Wo ist die... Ne. Das ist... Doch. Das ist die Höhle. Ich such sie. Ach. Das ist die Höhle. Guck. Das ist die Höhle. Und die andere Höhle ist praktisch unter der Treppe. Die siehst du dann, wenn du runter baust. Okay. Da ist Obsidian und all das heißt. Und wir brauchen dringend Diamanten. Ach. Übrigens. Wir nehmen heute zwei Stunden auf. Weil... Damit nächste Woche ich auch noch was habe. Ja. Weil wenn Bosnia nur alle zwei Wochen bei ihrem Vater halt ist. Scheidungskind halt. Tja. So sieht's aus. So sieht's aus. Genau genau bin ich auch als Scheidungskind. Meine Eltern haben das besser geklärt. Ja. Die sind aber auch miteinander befreundet. Meine Eltern sind rein theoretisch auch miteinander befreundet. Ich möchte dazu jetzt nichts sagen. Ja. Das geht die Zufahrer nichts an. Ja. Gut. Okay. Also ich habe festgestellt, wir brauchen für einmal runterbauen und brauchen wir ungefähr fünf Spitzhacken. Okay. Gut zu wissen. Ja. Das habe ich auch ungefähr ausgemessen. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, dass ich so viel gemacht habe. Habe ich noch Stöcke? Gibt's hier noch Stöcke? Machst du noch welche? Dann... Ja, ich such grad Stöcke. Da. Machst du das Feld kurz? Ja. Ich habe auch noch ein paar Eisen. Und das Einzelne, was wir noch brauchen, ich habe sogar noch ein paar Äpfel. Und... Achso, übrigens. Ich habe was beflossen. Komm mal her. Also. Wir bauen bis hier her ab. Bis hier her. Okay. Was zur Treppe praktisch. Die Treppe ist die Grenze. Der Rest ist unser Inselchen. Und ich habe eine... Ich habe die nächste Cobblestone-Kiste eigentlich angefangen. Weil die andere wurde voll. Okay. Okay. Und irgendwann bauen wir bitte wieder dieses Loch zu. Für das Loch wieder zu haben. Das wird sowieso abgebaut. Oder wir bauen was drauf. Oder was auch immer. Nee, bis zum Loch geht's gerade nicht. Ach stimmt. Stimmt, du hast recht. Du hast vollkommen recht. So, ich baue dir mal ein paar Spitzhacken. Wie viel brauche ich? Da habe ich fünf. Gut. Die brauche ich nicht. Das brauche ich da unten. Schaufeln sollten theoretisch reichen, weil es nicht so viele Schaufeln sind. Gut. Ich habe auch die Baumfarme ein bisschen erweitert. Weil mich das aufgeregt hat, dass dauernd Zepplings runtergefallen sind. Ist das nicht wunderschön hier? Ja, es ist wunderschön hier. Du hast nicht mal hingeguckt. Natürlich. Ich habe es vorhin schon angeguckt. Danke sehr. Gut. Ich mag unser Blümchen. Das hast du wieder hergebracht. Ja, habe ich. Ich habe noch mehr Blümchen. Ja, aber haben wir schon Eisen, dass wir uns so eine Schere machen können? Ja, haben wir. Haben wir. So, wenn du willst, kann ich sie kurz machen. Das kostet ja auch nur zwei. Ja. Also ich habe ja noch ein bisschen was gefahren. Ich habe mir auch eigentlich einen Brustpanzer gemacht. Mhm. Danke. Wie viel Uhr haben wir. Oh, wir haben sowieso dunkel gleich. Hier. Komm, nimm's auf. Auf geht's. Gut. Was ich übrigens auf nächstes mal machen wollte. Ich gucke mir mal, wie man eine Sortiermaschine baut. Und was ich auch für eine Idee hatte, ist, habe ich das schon erzählt gehabt, mit den, man muss Koordinaten, also kann da vorne so binär eingehen, wo man hin will. Und dann gibt es so eine Liste, die wir beide haben und dann stoppt das Ding automatisch. Darf ich das nochmal? Also ich habe mir vor, du musst dir vorstellen, äh, ich weiß nicht, ob du das verstehst, vielleicht schon, äh, musst dir vorstellen, theoretisch kann man einen Mini-Computer hier draus machen und praktisch vorne sagen, indem man binär praktisch eingibt, also binär kennst du, eins und null? Ja, 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 kenn es ja. Äh, eingibt, welches Ding man halt hat, das muss man halt auf dem Zettel haben, vor sich liegen, ne, dass man zum Beispiel sagt, okay, Kobbel ist halt die 6, dann muss man halt 6 im Binär eingeben und dann kommt hier praktisch so ein Block raus, der halt praktisch so einen abstoppt. Ah. Ich weiß aber noch nicht, wie gut das funktioniert. Ich gucke mal, ich gucke mal, ob ich ein paar Tutorials dazu finde. So, was habe ich sonst gemacht? Ich bin drei Blöcke weitergekommen. Ich sehe ein Schaf. Es ist, ja, ich, ich will das Schaf. Ich kann, wie soll, ich wollte sowieso noch mehr die Insel ausleuchten, damit wir eigentlich hier keine Monsterspawns mehr haben. Wir haben auch Kühe hier, habe ich festgestellt. Oh. Also wir haben fast alles hier, außer Pferde und Lamas. Es gibt Lamas inzwischen. Ja, das wusste ich. Und wir haben hier ganz sicher auch keine Katzen. Ja, das ist, die gibt es ja nur im Düngel. Ich komme hier nicht hoch. Ja, genau. Ja gut, da kommen wir aber irgendwann hin. Ich meine, hinten ist noch eine Pilzland, da wäre ich beinahe mal hingegangen, als ich auf dich gewartet habe. Äh, ich gucke mal, wo hier dunkel ist. Wolle! Hast du was gefunden? Was Böses oder was Gutes? Nein, ich habe Wolle. Achso, ich habe gerade Hallo verstanden. Ich habe ein Kleidstück. Ist ja gut. Äh, wo ist hier noch dunkel? Hier ist noch dunkel. Okay. Also ein bisschen leckt da was. Ich habe hier auch noch ein Schaf. Oh. Oh. Warte. Hier vorne bei... Ist das ein Wolf oder so? Oh, keine Ahnung. Warum? Hier knurrt irgendwas. Äh. Ich glaube, das... Was ist das? Es hört sich an wie so ein... Wie so ein Zombie. Nein, es hört sich an wie ein Wolf. Hä? Oh, da hinten ist ein Zombie. Ja, den habe ich nämlich schon gesehen. Wolle ich gerade hin. Aber es klebt wie ein Wolf. Ich sehe es. Da hinten ist ein Flasher. Da ist ein Hühnchen. Wir haben auch Hühnchen hier. Wo ist das Zombie? Das ist ein Zombie hier. Sicher? Achso. Was anderes weg würde ich... Oh, da hinten ist noch... Hier unten ist ein Creeper und ein Skelett. Warte, mach vorsichtig. Ah! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ja. Wo? Zeig mal. Da hinten. Also... Oh, scheiße. Da ist ein... Wo ist das Skelett? Ich sehe es nicht. Ist ja das im Creeper drin? Ah nee, da. Egal. Geh mir woanders lang. Die machen gerade verbotene Sachen. Genau. Ähm. Sowas dürfen wir nicht zeigen. Wir müssen gehen. Was? Wir haben die Wolle. Wir können uns Betten bauen. Warte, was... Was machst du gerade? Was hast du gemacht? Ah! Wir haben hier wirklich einen Wolf. Siehst du? Ich kann... Wir haben Knochen! Glaube ich. Ich will den Wolf tamen! Ein Hund! Ja! Komm mit! Der hält uns die... Jetzt hält der noch mal weg. Der kann irgendwas angreifen. Nee, die Katzen waren das mit den Creepern, gell? Das weiß ich nicht. Okay, Katzen waren das mit den Creepern und Dings war das mit dem anderen. Wow! Ups, ich hab nicht aufgepasst. Ich guck mal. Das war doch mit Knochen, dass man die tamen kann, gell? Und ich kann uns Betten bauen. Wenn nicht, nehme ich noch Zombiefleisch mit, damit man ihn füttern kann. Ich guck mal, ob ich ihn tamed krieg. Okay. Aber dann ist er, glaub ich, nur auf dich getamed. Ja, das ist sowieso. Einer von uns muss den tamen. Ja, genau. Aber wir können die... Also wenn wir noch einen zweiten finden... Aber der greift halt die Schafe an. Also... Nur wenn du die Schafe angreifst? Nein, 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 nein. Der normale Wolf, also der Wolf wie Wolf, also wie er jetzt grad ist, der greift... Autsch. Achso. Der greift halt... Greift halt Schafe an. Ich hab ne Höhle gefunden. Oh, okay. Also ne Oberfläche... Eine obere Höhle. Bockt mich aber nicht. Da kommen wir nachher sowieso irgendwann hin. So, wo war der jetzt genau? Ah! Was ist das denn? Ist das ein Skelett? Ah, scheiße. Ah, kommt auf mich zu. Wow! Wow! So. Geh weg. Ja. Ich baue uns Betten. Sag mal, gibt's die Betten dann eigentlich auch in verschiedenen Farben? Je nachdem aus welchem Holz man sie sich macht? Äh, ich glaub nicht, aber man kann glaub die Decke umfärben. Oh, wie? Oh, geil! Ich hab nen Bogen! Oh, nice! Ich hab's mal Betten! Soll ich sie nebeneinander stellen? Oh, ja! Oh, der ist aber fast kaputt. Der ist fast kaputt. So, wo war jetzt der Wolf? Wölf! Wolfi! Wolfi! Dann kann man die... Oh, ich hab den Wolf! Ich weiß nur nicht wo er ist. Ja, er ist doch ein Baum festgeklebt. klebt musste zami wo ist das wolf dass der kriere dass ein kripper ich brauche hilfe er kommt auf mich zu der ist beim wolf ich bin um zehn gilt ich komme ich komme ich komme ich komme noch schneller kommen kann ich nicht das problem ist wenn du halt jetzt explodieren lässt sich jetzt unser wolf weiter 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 nein 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 nicht nicht sterben bitte wolf wolf schwert ja wasser ist super da kann er nämlich kein schaden anrichten nur an der halt ich bin fast tot ich bin fast nicht es läuft ganz gut ja ich höre den wolf ich täm dich gleich wo auch immer du gerade hinverfunden bist ja hinter dem baum hier ok hat war das richtig bei den knochen blaube knochen oder fleisch oder sowas ich weiß nicht ob ich links oder rechts klicken ich habe Angst dass ich wenn ich jetzt falsch drücke dass er rechts ne er reagiert nicht auf mich hallo hier vielleicht dann doch fleisch er hat den werdet scharf getötet ich weiß nicht ob ich weiß es passiert wenn ich ihn jetzt angreifen aber es ist vielleicht doch links klick nicht nein es ist gleich richtig jetzt habe ich okay hast du gut gemacht hinter dir ist ein zombie wieso macht der ich glaube ich habe doch noch keinen hund weil du hast ihn glaubt nur lieb gemacht habe ich ja nein oh oh spinne von hinten ach muss ich dich jetzt beschützen ich habe gesagt spinne von hinten wer sieht sie so alles ok das ist noch ein ding skenet ok komm weg 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 warum greift das wir laufen komm lass uns zurück gehen lass uns zurück gehen komm schon gleich das wollte ich jetzt noch äh der gripper lass uns gehen ja 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 ich glaube einen hund habe ich doch nicht ich glaube noch nicht nein guck morgen früh ah nee es wird grad hell du kannst eigentlich gleich gucken aber er tötet die ganzen schafe ne hier nimm die knochen probier es mal mit den knochen und dann nimm das russes fleisch ah bist du tot nein ich lebe noch das war eine sehr ja ja das war eine sehr ich habe es war was was tun wir hier ich hatte die knochen wir bauen die welt ab ja ich weiß ich habe tränenden in den augen nicht vielleicht daran dass ich gar nicht blinzeln kann weil mir die sonne ins gesicht scheint Soll ich schon mal weitermachen und du guckst mal, ob du den Hund getamt kriegst? Ich hab hier noch ein bisschen Reis, noch ein bisschen Fleisch. Komm mal zurück. Hier, Fleisch. Ja, äh, ja. Komm schon, du musst... Kann man dich nicht... Kann es sein, dass man den Hund irgendwie nur dann als Hund hat, wenn man im Halsband bauen muss oder sowas? Äh, magst du kurz googeln? Kann ich machen. Hier, nimm das und dann google mal kurz und ich geh weiter abbauen. Okay. Ich mach ja die Arbeit. Nein, nein, ein Hund ist sehr praktisch, glaub mir. Ja. Ähm... Wo ist unser ganzer Sand eigentlich? Ich geh mal abbauen. Aber ich sollte vorher das Eisen in Sicherheit bringen. Ich hatte eigentlich das ganze Weizen, das ich im Gepäck habe, ähm... Mach das gleich, wenn du den Hund getamt hast. Ja. Aber guck nach der... Du musst nach der 1.1.12... Äh, 1. Ähm. Ähm. Was? Ähm. Was los? Wir haben... Hunde. Was? Vier Stück. Au. Was? Und ein Schwein. Hä? Guck mal nach, wie man Hunde tamt. Äh... Was zum Feen? Wir haben hier vier Hunde auf der Basis. Du meinst Wölfe. Äh, ja, 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 aber die gucken nicht böse. Guck dir das... Guck mal kurz nach, wie man Hunde tamt, bitte. Okay, ja, ich bin dabei. Wildes Tier, Kreatur, ja, Wolf, ja. Mhm. Spawning, natürliches Vorkommen. Mhm. Wald. Mhm. Ah, sind wir... Ja, ein Rudel, bis zu vier Exemplaren. Ja, ist ein Rudel, das hier rumgammelt. Mhm. Äh, Vermehrung, wenn ich schon diesen... Äh, jetzt sind wir... Mhm. Ah, da ist interessant. Also ein Hund ist nur dann ein Hund, wenn es ein Halsband anhat. Okay, und wie macht man... Wie macht man ein Halsband? Ähm... Normal... Oder wie tamt... Guck mal, wie man sie tamt. Guck mal. Hund ist ein gezämter Wolf, ja, bla... Ähm... Ernährung, bla... Ich glaub's Geräusche... Alphawolf, okay. Wieder auf das Tag. Mhm. Okay, man kriegt die in den Paarungsmodus, wenn man eben Fleisch kriegt. Das sind die Herzchen. Ähm... Okay. Ähm... Das ergibt Sinn. Ja, das... Ähm... Ah, hier. Äh, Zähn von Wolken. Können gezähmt werden jedoch nicht, wenn gerade feindselig sind. Dazu müssen sie mit Knochen gefüttert werden. Okay, doch. Jede Einzelfütterung hat immer eine Wahrscheinlichkeit von eins zu drei, dass der Wolf gezähmt wird und dann zum Hund fährt. Also auch Knochen. Warte, dann will ich aber auch einen haben. Ja klar, ich geb dir Knochen. Ich bin aber grad unten. Also ich müsse mich... Warte, ich komm hoch. Ich baue mich gleich nochmal runter. Also Fleisch macht Paarung und Knochen macht... Ja, aber ich... Achso, deswegen konnte ich ihn grad nicht zähmen, weil er grad im feindlichen Modus war. Ja genau, weil er... Okay, da gibt ihm... Warte, machst du aber erster? Also hier... Du hast jetzt... Wie viel Knochen? Ich hab zwei Knochen, du hast drei Knochen. Dann probier's mal. Nochmal? Scheiße. Nein, knapp nicht. Nochmal? Nope, der will nicht. Komm schon. Tu was. Werde zum Hund. Ah. Ist der letzte? Ist der letzte? Nein. Okay, ich hab halt Angst, wenn die halt in... Okay, dann müssen wir Knochenfarmen gehen. Ja. Aber die bleiben ja erstmal hier, solange sie nicht runterfliegen. Ich denke. Oh. Okay, dann lass uns mal abbauen. Jaja, ich bin dabei. Ey, machst du das Weizen kurz wegmachen? Ja, genau. Ach schön, das passt genau in eine Folge. Das find ich gut. Gut. Ist sonst noch irgendwas? Ich... Ich hab Eier. Ja, wir haben Hühnchen gehabt. Und Fleisch. Ich will aber nicht, dass ihr unsere ganzen Schafe tötet. Ich will die Schafe noch behalten. Ja, gut. Im Notfall kriegen wir irgendwie mal neue Schafe. Ja. Deswegen müssen wir die Hunde tamen, weil dann... Weißt du, es war so geil. Weißt du, wo kommt sie nach Hause und plötzlich stehen da vier Hunde vor der Tür? Ja, äh... Moment. Eingewölfe, oder? Ja, aber grad sahen sie aus wie Hunde, weil sie nicht im feindlichen Modus waren. Ja. Ich glaub, solange sie nicht im feindlichen Modus sind, sind sie auch relativ normal. Ja. Bist du hinter mir? Ah, gut. Du bist eben auch hinter mir. Warte, mach. Du schmeißt deine Erde zu mir runter. Ja, du wolltest doch Erde, oder? Take this. Ich bezahle dich nicht mit Geld, ich bezahle dich mit Erde. Mit Dirt. Was? Wenn das zur Strecke gestampft wird. Nimm Dreck! Hier, Dreck! Ich gebe dir das, was du willst. Dreck! Fick dich! Oh, ich fühl mich jetzt... Ich fühl mich angegriffen. Was? Nein. Das war meine... Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß natürlich, meine liebe Boston. Ich kenne deinen Humor. Gut genug. Ja. Gut. Ja, wir sind auch erst seit sieben Jahren befreundet. Tja, also sieben Jahre, was sind das schon? Ist ja nur ein Katzensprung. Was? Ne, ein ganzes Katzenleben. Ja... Nein. Na doch, okay. Ein kurzes Katzenleben. Ne, äh... Katzen... Stimmt. ... ...